So, Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sniper Elite 5. Wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja, auch wenn ich schleiche, dauert es halt ein bisschen länger, aber das ist nicht, weil da wird. Da oben wir schießen. Jippie. So, was hast du denn? Der hat auch nichts dabei, so wollte ich mich eigentlich alle nur flaxen. Los, hoch, 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 keine Zeit. Hier hoch. Wie gesagt, wir müssen uns einfach mal ein bisschen umgucken. Was haben wir denn da? Blau ist noch. Irgendwas übersehen? Okay, dann laufen wir nochmal da zurück. Ne, laufen. Nicht anvisieren. Meine Schuld. So, ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Jaja, du bist außer Atem. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, ist das jetzt oben oder unten? Suche. Na, Trappe. Okay. Das müsste... So, wie es aussieht. Kann ich mich fallen lassen oder was? Toll. Ist ja jetzt immer doof. Wir wissen, was das ist. Bestimmt das Ding hier, ne? Ne. Auch da unten, die Kiste. Ja, das brauchen wir nicht. Wir sind mehr als... Ich will jetzt erstmal mehr als genug. Sollte erstmal reichen. Hoffentlich. Nicht, dass uns hier eigentlich einer überrascht. Oh, hier sind ja noch mehr Feinde. Juppi. Mal schauen. Äh, ja. Teilmantelgeschosse. Ja, ja, ja. Wir haben damit zwar nur fünf Schuss, aber die sollten hoffentlich reichen. So. Jungens, wo seid ihr? Das ist schon mal Nummer eins. Haben wir die jetzt ausgewählt? Ja. Was ist los? Eine zweite Futterluke, oder wat? Da oben läuft noch der fucking Sniper rum. Na, den holen wir uns auch noch. Den Arsch. Hier unten müsste irgendwo einer sein, aber ich sehe ihn nicht. Ach, guck mal. Aber dich sehe ich. Oder auch nicht. Aber jetzt. Äh, Kopfschuss? Was hängst du denn für ein Blödsinn an? Na gut. So, mal gucken. Wenn du, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. verflucht Falsche Taste Juhu Ist egal So Guck mal, wir kommen da sogar hoch Den holen wir uns jetzt, den Sniper Der geht mir aber materisch auf den Keks Ja, mach das mal Ist der noch hier oben? Der ist weg Ach ne, guck mal, da ist er Ne, das ist er doch nicht Haben wir hier auch noch ne andere Möglichkeit? Irgendwie Da hinten hoch, oder wat? Toll, jetzt hängst du hier Wie Mauerblümchen Ach, guck mal Seht ihr ihn? Da links, den zweiten Ja gut Ja gut Das mit X, das war aber nichts Jetzt haut der auch noch ab, der Typ Gott Okay Ja Wir flicken uns mal Gib mir Deckung Ich lade nach Ja der könnte Der trifft uns nicht, ne? Finde ich gut So, wir haben ja noch Oh, zwei Fertigkeitspunkte Was haben wir denn hier noch? Schönes Feinde werden umziehen Wenn sie auf dich schießen Okay So, wir haben hier Schnelle Falle Flinke Finger Jo, sehe ich uns Den hat er kommen sehen Ach, Mann Wird ein anderes abgehauen Toll Ne, guck mal Da kommt doch einer Hoch Jetzt siehst du auch nix, ne? Ui Was, Kopfschuss In Bewegung In Bewegung Okay Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie Da sind sie Oh, nö Ich bin da Für keine Animation Äh Am Verbluten Für Sterben Okay Wir müssen uns Heilen Weapons empty Fuck out of ammo So Kommt ja noch Einer Mach ich doch Ja, den halt Ruhe Den halt so Hoi Ich finde das immer wieder witzig mit dem Helm Den hat er auch kommen sehen So, wo jetzt Mann ey Es muss hier irgendwo sein Das andere blaue No more to find here Toll Voll Nix 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 Oh ja, hier haben wir was Toll, alles voll Den auch nochmal Was haben wir denn hier noch Flaschen So Machen wir mal Haben wir hier noch irgendwas Äh Nö Brechstange öffnen Alles voll Brauchen wir nicht Flaschen Okay Ich will wissen Was das blaue Ach nee Das war ich glaube ich Die Tür Glaube ich Stimmt Das war ja die Tür Äh Jo Und da Ja komm mal Mal gucken Ob wir ihn leise Ausschalten können Ja Oder auch nicht Ei alter Hui Immer wieder witzig Mit dem Helm Plong So Hoch So jetzt könnten wir Da runterrutschen Aber Wäre glaube ich auch blöd Oder Ich weiß es nicht Na gut Laufen wir erstmal hier weiter Gut Da kann man hoch Ach man Das war kacke Müssten auch gleich hier angetapert kommen Oder Die Schweine Ja Versteckt euch Müssten hier unten sein Guckt mal wie die da angelaufen kommen Ei 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 Ah 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 Wow Wow Der will Alarm schlagen Ah 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 Gut Jawoll! Peng! Zack! Der Schwede! Hä? Wo? Pong! Wo sind die anderen? Da war einer. Hm. Weg! Ist ja doof. Aber hier war doch ein Sniper gewesen, oder? Der auf uns geschossen hat? Irgendwo? Äh. Auch weg. Gut. Dann haben wir den. Was war das denn für eine Aktion? Schön. Dann geht's hier halt weiter. Ja, wenn wir nicht alle kriegen, ist ja auch nicht schlimm. Aber wir versuchen es zumindest. Oh, guck mal hinten. Toll, treffe ich nicht. Toll. Egal. Toll. Guck mal. Äh, Karte. Wir sind da. Was haben wir hier? Fabian Richter. Fabian Richter. Was ist hier? Ein Paket für Richter. Wird bei ihm geliefert. Wird ihm beim Treffen geliefert. Uh. Stadtmauer. Fregatten-Captain Seydels Fahrer wartet in der Kneipe. Okay. Stadtmauer. Wir sind hier. Da müssen wir hin. Da ist diese komische. Oh. Das Ding da. Die Burg. Borg. Oh. Borg. Ah, laufen wir jetzt hin. Wer? Wo? Hä? Wer schießt denn hier? Okay. It's me. Tschüss. Okay, Zeit. I'd better go somewhere else. Oh nein, nicht schon wieder dieser Fraß. Gibt's nicht mal was Gutes? Hehe. Was Gutes kriegt das Amt Ausland. Wir kriegen was Einfaches. Einfach würde heißen, dass es essbar wäre. Was würde ich mit meinem Schwein geben? Ja, der musste es lassen. Was? Was? Ich weiß, wir haben einen besseren Geschmach als du. Fuck. Alle. Dann machen wir halt dir hier. Ist gar nicht schlimm. Was haben wir hier? Kann man benutzen, muss man nicht. Ist keine Ahnung. Oh, guck mal, hier ist einer reingekommen. Gut. Ist schon wieder. Ist ja ja. Oh, warte, hier nicht. Hier kann sich aber richtig verlaufen. Gott. Was? Wir sind bereit. Die Atlantikwahl. Alles klar. Rechtschreibung, sechs Sätzen. Die Atlantikwahl. Jo, alles klar. Heißt das eigentlich nicht der Atlantikwahl? Achse und Sushi. Sushi. So. Ab hin da jetzt. Schießen wir alle über den Haufen. Ja, dann ist das halt so, wenn wir was vergessen. Ist doch gar nicht wild. Ja, Chef. Beine machen Jagd. Uh. Uh. Da bin ich rein. Oh, ne, 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 ne. Ja, tschüss. Fuck. Ja, dann jagt mich doch halt. Mensch, meine Güte. Ich will in den Glockenturm. Wo muss ich denn da hin? Geht zurück, oder was? Ja, komm mal zur Luft. Hier, hier, hier. Uh, da ist er. Da wollen wir hin. Wo? Hä? Auch nicht? Wo? Wer ist da? Hm? Dein Ernst? Ja. Da wollen wir hin. Oh, Mann ey. Ich will da hoch. Sieht das schon wieder in die Kirche? Kirche. Ja, mach das mal. Achso, guck mal. Cool. Pssst. Wie ist so laut hier? Hupen die denn alle? Seid alle blöd. Ruhe da. Panzer brechen? Jo. Suchen? Jo. Was hast du hier? Uh. Hm. Hm. Gib mir das. Woah. Hä? Wo war denn? Jetzt aber. Das sieht ja geil aus. Huh. Hehe. Peng. Jo moin. Alles klar. Sniper-Rifle. Ich weiß, wie ich das benutze. Äh. Danke. Genau so wollte ich das haben. Okay, da ist echt kein Spanns mehr, ne? Okay, wir gehen wieder runter. Echt? Oh, jetzt gehen wir da hoch. So. Bisschen klettern. Muss ein bisschen laufen hier. Aber wenn wir nicht, wie gesagt, wenn wir nicht alle erwischen, ist das gar nicht schlimm. Da lang. Alles sauber. Aber gleich nicht mehr. Hehe. Was? so der ist außer gefecht was gut ich bin getroffen hier sah echt komisch aus der typ na geil den kriegen wir ja nicht fährt er auf gut hier angepasste brechstange ist voll den machen wir mal an so hat doch mal was vom klettern gesagt oder scheiße jetzt kommt die verstärkung wir gucken uns erstmal kurz um echt sehr witzig wie eigentlich die treppen hoch läuft wo ist denn jetzt hier was zum klettern hier nichts verstärkung ist eingetroffen mal rein ok ich muss den da mal liegen hier machen wir auch oh echt jetzt als ob der uns nicht sieht ganz ehrlich das ist doch ein witz so zu der wechseln ich bin jetzt das erste mal hier drin hier kann sich nicht richtig verlaufen um this will come in very useful äh zack 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 so hier hier rein ach du ahnst es die bubbi ist ja voll verdammt verdammt ach du hierüber schnappen uns die durchsuchen ihn einmal betrifft uns bestimmt wow ich wollte echt eine granate auf uns werfen oh 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 alter was ist denn hier los gut mission 4 geschlagen letzten spiel schon neu laden ok leute wie es weitergeht sehen wir auf jeden fall in der nächsten folge jetzt sind wir das erste mal sturm alles gut kann passieren und bis dahin lasst eine bewertung da würde mich freuen bis zum nächsten mal auf wiedersehen und ciao ciao